Hallo, ich bin der Gamebob und herzlich Willkommen zu nochmal Decker for Unity Teil 115 und wir sind immer noch hier bei IPChat und machen uns weiter auf den Weg nach Merchester, natürlich nachdem ich die Vorschau ausgestattet habe, um mehr Performance rauszukriegen. Sehr schön, so. Ich weiß ungefähr wo wir sind, wir sind irgendwo im Deckerfall. Nein, ich möchte eigentlich diesen Weg nach Norden folgen, nicht nach Osten. Ja genau, passt. Was war jetzt das für ein Bug? Wo ist die Straße? Da ist die Straße. Aus irgendeinem Grund hat er die Straße verlassen. Wahrscheinlich hat er wirklich Probleme gehabt, gerade der Straße zu folgen. Ich überlege gerade echt, ob ich die Stardew-Bäume wieder abstelle, weil die doch wohl sehr Performance ziehen. Aber die haben eigentlich was, gefällt mir recht gut. Crosswood Borough. Okay. Ah, da gibt es Nordosten weiter. Dann schauen wir doch mal. Oh, you failed too. Da ist a wild encounter. Ach, da und da. Kann ich mir jetzt aussuchen. Das waren mal einige Orks. Das bin ich gar nicht gewohnt. Da muss ich fast tatsächlich mit dem Pferd näher ran, dass ich einfach das Zeug aufladen kann. Das war's. 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 Jetzt sind wir eh gleich am Zielort. Das war's. 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 Was? Ah, ok. Tagebuch eines Fußwegs. Musik Musik Okay, da waren die Kreuze. So, habe ich zwar nicht wirklich gemerkt, aber okay. Ich habe mich an den Grund übernommen, weil es so gehakelt hat, dass ich mir gedacht habe, Oh, nicht, dass das komplett abschmiert. Oder dass sich durch die Welt glitscht oder irgendwie sowas. So, dann schauen wir doch mal, wo unsere Kontaktperson ist. Musik war ich hier schon mal? Ah, zum Teil ist er auf der Durchreise entscheidend. Musik 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 Doroth Metal Smith Ja gut, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Zumindest dann Das dann loswerden Oh boy Musik 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 Ich gebe die 5287 Ja passt schon Hauptsache weg mit dem Scheiß Musik 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 Jetzt ging es aus irgendeinem Grund, ging es nicht so wirklich mit dem, äh, mit dem, nein das ist nichts richtiger, mit dem angucken von häusern. Musik Irgendwie, ja. Musik Dort Mail, ok. Musik Essential Equipment, nein das ist es auch nicht. Es heißt, einfach nach Süd, Ostenien. Musik 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 Das ist der Laden in der hinterletzten Ecke. Musik Musik Ein Brief verschieden in einer Quierbox. Mitteilung für Morgoria Kingfield, eine Abenteuerliche Frau und für Christara Harvam in Merchester. Nein, Moment, was? Ah, da oben habe ich einen Laden übersehen, oder bis 662? Okay, es wird eh schon zu spät, dann kann ich gleich gucken, ob ich die Briefe zustellen können. Musik 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 Okay, sie mag irgendwie nicht die Art, wie ich mit ihr rede. Musik Oh, wird es nicht mehr Not verraten, wenn ich das wissen würde. Musik 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 Hey, Rassismus. Nein, ähm. Musik 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 Malware, schauen wir mal. Ja, es ist ja schon noch offen. Sehr schön, zu wem muss sie überhaupt jetzt? Ah, gut dich zu sehen, Bob. Sehr gut, hier ist ein 678 Gold Belohnung für deine Mühen und dafür hinzufügen, deine Diskretion, dein Name wird nicht vergessen werden. Sehr schön. Da hat sich das doch schon wieder gute Handy, ich könnte ihn ja fragen. Das habe ich mir gerade gedacht, der hilft uns gar nicht. So, jetzt passt's, dann schauen wir mal weiter. Da ist eine Person, vielleicht weiß sie was. Was, das ist eine Residenz? Okay. Und echt der Residenz. Sehr schön. Ja. 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 Na, ja. Sog machen. Musik Der ist die Residenz, schauen wir mal. Boah, er ist die Residenz, je nachdem. Oh, der Brief ist angekommen. Meine Schwester macht sich gut in der Magiergeld. So viele Leute und so viele Schwester in der Magiergeld, komisch. Ich kann nicht abwarten, ihn zu lesen. Hier in der Magiergeld verschwindet. Sehr schön, dann haben wir tatsächlich die Aufgaben erfüllt. Da müssen wir jetzt noch quasi im Questlog drin stehen. Musik 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 Okay, ich hab... Musik 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 ist eigentlich machbar, ich überlege gerade tatsächlich schnell zu reißen. Weil ich bin ja gerade die Strecke eher auf dem Decker voll. Das ist hier. Und hier ist Daggerfall, also aus der Richtung kam ich gerade. Ich könnte auch schauen, ob ich das so hinkriege, ich glaube, ich würde den ganzen Weg hier aber wieder zurück reißen. Ich überlege gerade jetzt ausnahmsweise tatsächlich dann schnell zu reißen, damit es dann etwas flottes für den Anfang des nächsten. Ehrlich gesagt, das mache ich tatsächlich. Ja, das mache ich tatsächlich. Dann mache ich da das als nächstes. Ok, dann schauen wir doch mal. Ok, ich hatte jetzt eher einen Dungeon erwartet. Wie heißt es, die Teardustier-Hawking. Schauen wir doch mal. Der hier ist, ein hübsches Windrad. Oder hier. Hier. Ist das betretbar, das Gebäude? Ja, tatsächlich. Eine Stimme ruft nach draußen, kommt hier ein. Cool. Dann frage ich ihn doch mal nach. Nein. Was passiert eigentlich, wenn ich mich richtig blöd ansche und reingehe? Nichts, okay. Ich habe gesagt, dass ich direkt sterbe einfach. Ich möchte wissen, ob da weh ist. Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Nein, ich weiß nicht der Fall. Nein, nie. Some of my. Ein Pergament liegt dort. Was sagt dieses Pergament? Die Fortress of Mastersmith. Es scheint eine Karte für einen Ort namens The Fortress of Mastersmith zu sein. Okay, dann schauen wir doch mal. Okay, dann schauen wir doch mal. Okay, dann schauen wir doch mal. Master Smith ist auf der anderen Seite von Daggerfall. Okay. Da ich aber für die Gesamtquests nur 12 Tage übrig habe, würde ich tatsächlich schnell reisen, damit ich die Quest machen kann. Weil sonst kann ich die Quest theoretisch abschreiben. Aber dann mache ich die schnell. Dann werde ich von da aus her zurück reisen, obwohl es wird ein bisschen knapp. Muss ich mal schauen. Ich brauche da 5 Tage hin. Das heißt, ich brauche 5 Tage nach Oxfiff zurück. Also ich habe 29 Tage Zeit. Dann kann ich das tatsächlich überleben, übernehmen. Bis zum nächsten Mal. Exakt, ich überlege dann quasi dort schnell hin zu reisen und dann aber zu Fuß wieder zurück zu reisen. Ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Ja. 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 Sieht zumindest mal aus wie ein Fortress. Also wie eine Festung. Die Frage ist halt, wo ist der Engel zu der Festung? Geiste. Ja. Ja. Okay. das ist mal was ich eine festung nenne aber vor dieser festung werde ich den teil ich hoffe es hat gefallen und wenn ja dann wird das nächste wieder einschalten dann schauen wir mal ob wir ihn finden können in der festung oder ob nicht wer weiß ich finde das muss ich mir mal genauer anschauen das sieht zumindest mal aus wie eine festung ziemlich groß und ja das ist mal eine festung wurde eine bomb da mittendrin ist aber das ist ja wurscht denn nicht jungs bluten na okay er hat schon was also schauen wir müssen gucken ob ich einen besseren blick hier krieg jup das ist auf jeden fall neulich sein dort aber hat was aber was uns dort erwartet das aber beim nächsten mal ich sage tschüss und bis dann so ach nö wo 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 Untertitelung des ZDF, 2020